Heute geht es um JavaScript-Bewerbungsfragen. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es mal wieder Teil 2 bzw. Teil 2 der Bewerbungsfragen und zwar JavaScript. Wir gucken uns heute dasselbe, was wir uns vor einigen, ich glaube letzte Woche oder vor einigen Wochen, ich weiß nicht genau, weil ich das letzte Video veröffentlicht habe, schon mit CSS gemacht haben, wenn wir heute mit JavaScript machen. Das heißt, ich werde ein paar Fragen aus meinem Alltag, aus dem Internet und von euch stellen und beantworten und ihr könnt interaktiv mitmachen und im Prinzip eure Fragen gerne in die Videokommentare posten, weil ich wie gesagt auch hiervon gerne mehr Videos machen würde, um einfach diesen ganzen Prozess ein bisschen zu helfen und auch so eine Art Übungsplattform zu bieten für Leute, die sich auf ein Bewerbungsgespräch vorbereiten wollen. Prinzipiell legen wir damit direkt los, falls ihr Fragenprobleme oder sowas habt, wie immer ohne Videobeschreibung ganz oben Discord. Ansonsten, wenn ihr Fragenprobleme, Kritik oder sowas habt, könnt ihr gerne auch auf Social Media vorbeischauen. Ansonsten legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So los geht's mit der Antwort dieser Frage und diese ist relativ einfach und zwar macht die destruktuierende Zuweisung oder ermöglicht es, Daten aus Arrays oder Objekten zu extrahieren und zwar mithilfe einer Syntax, die der Konstruktion von Arrays oder Objekten nachempfunden ist. Aber was genau heißt das? Weil das Ganze ist relativ simpel zu verstehen und zwar hat man jetzt hier ein Array, den nennen wir jetzt oder der hat die Bezeichnung A und hier haben wir ein Array mit 1,2,3,4. Das kennt wahrscheinlich jeder von euch und wenn wir jetzt hier uns die Variable A ausgeben lassen, sehen wir hier, wir würden den Array zurückbekommen. Das heißt, das Ganze funktioniert ziemlich einfach, hat jeder von euch wahrscheinlich schon mal gemacht. Eine destruktuierende Zuweisung ermöglicht es quasi wie eine Array, Variablen zuzuweisen. Das heißt, wir haben hier die Variable c, b, n und weisen jetzt hier zu 1,2,3. Aber was haben wir jetzt hier genau gemacht? Wenn ich jetzt hier unten unsere Console log habe und hier ein c eingebe, dann sehen wir hier, wir bekommen den Wert 1 zurück. Wenn ich n eingebe, sehen wir, wir bekommen den Wert 3 zurück. Was heißt, wir haben hier quasi unsere Variablen genau in der Reihenfolge wie unseren Array zugewiesen. Aber was genau passiert jetzt, wenn wir so etwas haben? Ich habe hier zum Beispiel einen Wert, nämlich b, oder das hatten wir schon, t, z, j und habe hier ein Array und habe hier ein Array mit 1,2,3,4,5,6,7,8. So, was heißt, wir haben viel mehr Werte als Zeichen da unten. Wenn wir jetzt hier hingehen und sagen, okay, wir geben uns jetzt j aus, kriegen wir hier weiterhin 3 zurück. Was heißt, das funktioniert. Aber die ganzen Werte hier hinter, also diese ganzen Werte hier, werden gar nicht zugewiesen. Und das wollen wir nicht. Was heißt, wenn wir beispielsweise ein Array haben und wir sagen zum Beispiel, hey, wir wollen den ersten Wert unbedingt definieren, beispielsweise, dann können wir hingehen und sagen, wir sagen t, wir sagen z und gleichzeitig können wir hier hinter sagen, Komma, Punkt, 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 Punkt und sagen hier einfach, keine Ahnung, zum Beispiel e oder einfach rest, wenn wir das rest nennen wollen. Und wenn wir das Ganze jetzt hier nehmen und hier eingeben, sehen wir, wir haben hier ein Array als, also definiert mit allem, was nicht definiert wurde. Was heißt, hier haben wir drei Stück oder drei Werte unseres Arrays haben wir definiert und der ganze Rest wird unter der Bezeichnung rest gespeichert oder halt irgendeiner anderen Variablenbezeichnung. Ihr seht hier hier, sagt uns ja Visual Studio Code auch schon, wir haben hier eine Variable mit dem Bezeichnung rest und diese umfasst fünf Numberwerte einfach. Das Ganze ist relativ simpel, relativ praktisch und ist eine sehr häufige Frage, muss ich sagen, bei Bewerbungsgesprächen beziehungsweise Code Interviews. Ich wurde das in der Vergangenheit schon, ich glaube, bei drei Stück gefragt und es ist relativ simpel zu erklären und viele nutzen es, ohne wirklich zu wissen, was eine destruktuierende Zuweisung eigentlich ist. Was ist der Unterschied zwischen Attribute und Property? So, die Antwort zu dieser Frage ist relativ simpel, aber ein bisschen tricky. Was heißt, Attribute und Properties bedeuten mehr oder weniger in JavaScript dasselbe oder beschreiben dasselbe aus unterschiedlichen Blickwinkeln, wenn man so sagen möchte. Und zwar haben wir hier ein HTML-Element und dieses HTML-Element hat in diesem Fall ein Attribute und zwar das Attribute ID mit dem Value Test. Wenn wir in JavaScript sind, haben wir aber keine HTML-Objekte mehr, die wir betrachten können. Als Beispiel kann ich ja sagen, ich möchte jetzt hier unser Element definieren und sage hierzu document.querySelector und sage hier, zack, zack, wie habe ich es hier genannt, test. Was heißt, ich habe jetzt hier, theoretisch ist leider nicht miteinander verbunden, hätte ich jetzt das Element test definiert, was heißt, ich hätte dieses HTML-Element als Objekt. Was heißt, JavaScript interpretiert Element als Objekt. Was heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Element Punkt und dann getAttribute mache, kann ich zum Beispiel einfach mir die ID auslesen lassen. Was heißt, dieser Code würde mir jetzt die ID unseres HTML-Elementes geben und betrachtet quasi Element als Objekt und ein Objekt hat Properties und Values und das ist eigentlich der einzige Unterschied, was heißt, es beschreibt mehr oder weniger dieselben Eigenschaften in unterschiedlichen Kontexten. Erkläre, was hinter dem Begriff Event Delegation steckt und was in diesem Zusammenhang Event Bubbling bedeutet. So, und los geht es mit der Beantwortung dieser Frage. Und als erstes müssen wir natürlich klären, was eigentlich Event Delegation und Event Bubbling ist. Prinzipiell kennt ja jeder von euch die Möglichkeit, Events auf Objekte in HTML mit JavaScript zu legen. Was heißt, wir haben jetzt hier ein HTML-Beispiel und haben hier eine Liste mit der ID List und ganz viele Unterpunkte mit der Klasse jeweils Click Element und verschiedenen inner-HTML-Texten. Wir wollen jetzt einfach eine Funktion schreiben, dass wenn wir auf eine dieser Unterlistenpunkte, also zum Beispiel auf dieses Objekt klicken, sollen wir einfach nur Test 1 ausgeben. Das ist die Ausgangssituation unserer Frage und das Ganze ist ziemlich simpel. Jeder von euch kommt drauf. Wir sagen jetzt eine neue Variable. Diese neue Variable heißt jetzt mal als Beispiel, keine Ahnung, sagen wir mal einfach List Elements und definieren das einfach als Document Punkt QuerySelectorAll. Zack. Und hier muss ich natürlich richtig arbeiten. Und sage hier Click Elements oder Click Element, genau. Und habe jetzt hier ein Array definiert aus ganz vielen oder aus meinen ganzen Unterpunkten und kann jetzt hingehen und hier einfach mit der JavaScript-Standard-Version, nämlich mit ForEach, Element gleich. Wir wollen eine Funktion, Element.AddEventListener. Hier habe ich ein Click, Function. Ups. Ups, warum ist das Fenster da mal vor? Das will ich nicht. So. Und so habe ich hier eine Funktion und die führen wir aus. Und in dem Moment, wenn ich irgendwo draufklicke, kann ich einfach sagen Element bzw. Console.log Element und dann innerHTML. Was heißt, damit hätten wir jetzt auf jede einzelne unserer Listenpunkte hier ein Event gelegt, ein Click Event in diesem Fall, wo ausgegeben wird der innere Text, wenn wir draufdrücken. Das Ganze funktioniert wunderbar und ist eine absolut valide Antwort und hat aber nichts zu tun mit Event Delegation bzw. mit Event Bubbling. Und das Ganze ist nämlich ziemlich praktisch. Und zwar, wenn wir hier ein Event haben, was heißt, wir haben hier auf dieses Li geklickt, dann haben wir immer ein Event. Wir haben auch, wenn wir jetzt beispielsweise nicht diesen JavaScript-Code hätten, immer ein Event, wenn wir hier auf das Li-Element klicken, wenn wir auf dieses innerHTML klicken, worauf auch immer wir klicken, wir haben immer ein Event, das wir nutzen können. Und das Interessante ist, was wir uns zunutze machen können, wir haben ein sogenanntes Event Bubbling. Was heißt, wenn wir hier draufdrücken auf diese Li-Klasse, dann haben wir automatisch auch auf diese UL gedrückt und darauf beispielsweise auf das gesamte Objekt, also auf den Body, auf den Wrapper, auf das Document und so weiter. Was heißt, unser Event triggert nach oben oder bubbelt wie eine Luftblase nach oben, wo ja auch der Name kommt. Und das können wir uns zunutze machen. Was heißt, wir können jetzt auch so etwas definieren wie eine Variable namens List. Hier sagen wir jetzt einfach Document.QuerySelector. Das heißt, wir suchen uns jetzt einfach nur noch die ID List, damit wir nur noch ein Objekt haben. Und sagen List.AddEventList. Sagen hier Click. Was heißt, wir haben jetzt hier unseren Click hinzugefügt. Komma. Sagen hier, wir haben ein Event. Das wollen wir an unsere Funktionen übergeben. Und in diesem Event könnten wir jetzt beispielsweise sagen, console.log.e.innerHTML. Wenn wir das jetzt aber ausgeben würden, dann würden wir beispielsweise, wenn wir irgendwo auf diesen Li drücken, alle Li's ausbegeben bekommen, weil wir auf unser Event, auf unser Listelement gelegt haben. Das heißt, wir hätten hier alles und das wollen wir natürlich nicht. Und wir wollen auch nicht, wenn hier jetzt beispielsweise noch welche drin sind mit nur der Klasse Click ohne Click Element, dann soll hier und hier auch kein Element getriggert werden. Was heißt, immer wenn ihr mit EventBubbling arbeitet, also mit einem Event eines Childs sozusagen, solltet ihr immer irgendwelche Regeln definieren. In unserem Fall mit if sage ich e.target, also das Element, auf das ich geklickt habe, soll ClassName gleich, 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 ups, Click minus Element haben. Was heißt, unsere Funktion soll nur getriggert werden, in dem Moment, wenn der Klassenname des Childs, auf das wir geklickt haben, Click Element ist. Und so könnt ihr mit EventBubbling bzw. EventDelegation arbeiten. Aber jetzt ist natürlich die große Frage, was bringt euch das? Weil ich kann ja genauso gut mit der alten Variante hier oben arbeiten, das funktioniert ja auch. Das Ding ist, wenn ihr ganz, ganz, ganz viele Elemente habt, also bei diesem kleinen Beispiel bezweifle ich, dass ihr außer einem kleinen minimalen messbaren Unterschied irgendeinen spürbaren Unterschied feststellen würdet. Prinzipiell muss man aber sagen, dass wenn ihr viele, viele, viele tausend Elemente habt oder so, oder vor allem, wenn ihr mit Server-Side-Rendering arbeitet und Speichernutzung ein Problem ist, ihr so nur ein Element habt, auf das euer Memory, euer Browser-Tab quasi hören muss. Wenn ihr hier auf beispielsweise 30.000 Elemente habt und ihr müsst auf jedes einzelne Element hören, dann wird es natürlich tricky, weil jedes einzelne dieser Event-Listener nimmt euch Speicherplatz weg und das kann sich später auswirken in Sachen Performance. Ist alles sehr relativ, ist alles auch, man braucht wirklich einen Use-Case dafür. Prinzipiell finde ich es teilweise sauberer, damit zu arbeiten, wenn ihr sehr viele Elemente habt, weil es einfach einfacher ist, das Ganze zu managen, als wenn ihr immer mit einem Array und einer For-Each-Loop da durchgehen müsst. Aber prinzipiell ist das die Antwort dieser Frage. Was ist der Unterschied zwischen Let, Cons und War? So, los geht's mit der Antwort dieser Frage. Das ist eigentlich die häufigste Frage in JavaScript-Code-Interviews und relativ einfach zu erklären. Das heißt, früher hatten wir, beziehungsweise vorher eher 6, hatten wir einfach nur die Möglichkeit, Variablen als war a gleich 1 beispielsweise zu definieren. Das Ganze ist nicht wirklich schwer und hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal gemacht. Mit console.log können wir das Ganze dann ausgeben und bekommen hier 1 zurück. Das Ganze funktioniert wunderbar. Wenn ich jetzt beispielsweise aber einen Code-Block habe, ein Code-Block ist ein Stück Code innerhalb von geschweiften Klammern, wie zum Beispiel eine Abfrage, dann kann ich hier drin jetzt zum Beispiel sagen, console.log a und bekomme das Ganze ausgegeben. Wenn ich jetzt allerdings hingehen würde und ich würde hier drin das Ganze definieren, also in unserem Code-Block Variable a definieren, könnte ich jetzt auch außerhalb unseres Code-Blocks nach der Definition darauf zugreifen und sehe ich hier, 1 wird zurückgegeben. Das Ganze funktioniert ähnlich, wenn ich jetzt eine Funktion habe, ebenfalls ein Code-Block, weil es auch durch geschweifte Klammern markiert wird und ich habe hier zum Beispiel return a und habe hier unten console.log test und bekomme hier 1 zurückgegeben, weil hier oben in unserer F-Abfrage das Ganze definiert würde. Wenn ich hier allerdings jetzt zum Beispiel ein false habe, würde ich hier unten und auch hier bei test undefined kommen, weil var nie definiert wird und das Ganze ist einfach schlechter Code. Es ist nicht wirklich praktisch zu lesen. Wir könnten auch einfach hingehen bei a beispielsweise und hier unten das Ganze umdefinieren zu 10, was heißt unsere Funktion überschreibt einfach unsere Variable, die wir hier oben definiert haben und geben hier unten oder gibt hier unten einen anderen Wert aus, den wir da oben ganz anders definiert hatten und so. Was heißt, alles mit var ist ein bisschen chaosmäßig und das ist auch das Problem an der ganzen Geschichte und warum in neueren JavaScript-Versionen let und constant zugekommen sind. Das heißt, die Unterschiede zu var sind mehr oder weniger einfach, dass diese Code-Block bezogen sind. Was heißt, wenn ich jetzt das Ganze hier als let definiere, seht ihr schon, dass direkt hier unten ein Fehler kommt, a ist not defined. Was heißt, let a gleich 1 gilt nur für diesen Code-Block. Was heißt, außerhalb dieses Code-Blocks kann ich hingehen und sage, ich definiere hier a als 100 und das passt wunderbar und ich kann darauf zugreifen. Das Problem ist, ich kann auch hier unten weiterhin a überschreiben, weil a ist in diesem Fall, hat ein Scope des globalen Dokuments in dem Fall und wenn ich unten die Function aufrufe, kann ich a umschreiben. Und hier kommt die Definition von constant Spiel und dann komme ich hier nämlich ein Fehler, was heißt, ich kann anders als bei let Sachen nicht umschreiben und kann sie nur ausgeben. Ich kann sie auch nicht updaten oder irgendwas. Also ich kann da nicht hingehen und sagen, ich schreibe einen neuen Wert hin oder sie ungültig machen oder sonst irgendwas. Was heißt, das sind eine gesetzte Variable, die so wie sie ist bleiben muss und nicht verändert werden kann. Was heißt, der große Unterschied zwischen diesen drei Punkten ist eigentlich nur, dass let und const blockbezogen sind, also einen Scope haben, in dem sie einen Geltungsbereich besitzen und var noch ein bisschen chaotisch ist und nicht blockbezogen agiert. Was heißt, ich kann das überall verwenden, ohne wirklich blockbezogen zu arbeiten und mehr oder weniger zwischen let und const ist nur der Unterschied, dass ich const nicht updaten oder irgendwie verändern kann. Das ist einfach unveränderlich. Erkläre, wie Sys in JavaScript funktioniert. So, die Definition des sogenannten Sys in JavaScript ist relativ simpel, allerdings ein bisschen verschachtelt, sage ich mal. Wir haben hier ein einfaches HTML-Dokument, was ich hier in meinem Live-Server aufgerufen habe. Was heißt, hier habe ich einfach Test. Das Ganze kann ich aktualisieren, passiert gar nichts. Ich habe hier einfach nur einen Div-Container mit der ID Test und einem Text darin stehen, der hier oben ist. Mehr brauchen wir auch gar nicht. Und was ich jetzt erklären möchte, ist einmal, wenn ich einfach in der obersten Ebene ein Console-Log mache von Sys, dann rufe ich das auf. In unserem JavaScript-File, seht ihr hier schon, schreibt QuantConst einfach ein leeres Objekt hin. In unserem Browser, seht ihr hier unten, bekommen wir das gesamte Window-Objekt, also das oberste von JavaScript zugängliche Objekt des Browsers zurückgegeben, was wir auslesen können. Was heißt, wenn ich jetzt hier beispielsweise irgendeine Property haben möchte, kann ich hier zum Beispiel sagen, Sys Punkt und kann hier dann zum Beispiel, keine Ahnung, was haben wir hier für Werte? Muss ich mal gucken. Sys Punkt, Clear Out oder Close, das sind alles Funktionen, die ich aufrufen kann. Und damit können wir halt rumspielen. Grundsätzlich, wenn wir dieses Sys verwenden, ruft das immer ein, oder es bezieht sich immer auf das Objekt, in dem wir uns gerade befinden. Wenn ich jetzt als Beispiel ein Objekt habe, ich sage jetzt hier mal zum Beispiel das Objekt Person, dieses hat Name, Max Mustermann und zum Beispiel auch ein zweites Atelier, eine zweite Property mit Age 12, dann können wir damit Mustermann, schreiben wir auch mal richtig, so, wollen, dass es ja ordentlich ist, dann können wir das jetzt so nutzen und wenn ich hier drin jetzt zum Beispiel ein Callback hätte, also einfach eine Callback-Funktion mit Function, zack, und sage hier Return Name, dann würde das Ganze hier nicht funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier Console Log Person Punkt Callback eingeben würde und diese Funktion aufrufe in dem Objekt, dann würde der hier sagen, Name ist not defined, weil in unserer Callback-Funktion Name nicht existiert. Wenn ich jetzt allerdings ein Sys davor setze, dann bezieht sich dieses Sys auf das Objekt Person, also das Objekt, in dem es aufgerufen wird, beziehungsweise alles, was hier links der aufgerufenen Funktion steht und habe ich hier Callback, zack, alles und hier kriege ich Max Mustermann zurückgegeben. Ganz wichtig ist, es gibt ja diese Schreibweise einfach mit Function und es gibt noch diese schöne Schreibweise aus ES6, einer Arrow-Funktion. Hier funktioniert das nicht. Hier bekommen wir undefined zurückgegeben, weil innerhalb einer Arrow-Funktion Sys immer auf das globale, also das oberste Objekt zu beziehen ist. Was heißt, wenn ich hier Sys eingebe, ist das leer, beziehungsweise ihr seht es hier im Browser, ist Sys das Window-Objekt. Was heißt, das ist ganz wichtig festzusetzen. Auch ein weiteres Beispiel, was man häufig verwendet, ist so etwas hier, was heißt, wenn ich jetzt sagen würde, const, element gleich und dann document.querySelector, wie wir es hier heute schon ein paar Mal gemacht haben mit Test, greife ich auf unseren Div-Container zu und sage hier element.addEventListener. Habe ich hier ebenfalls ein Klick-Objekt, sage hier function e, also gebe unser Event weiter und sage hier console.logSys und in dem Moment ist Sys das, worauf wir klicken. Was heißt, wenn ich jetzt hier auf Test klicke, kriege ich das zurückgegeben. Dasselbe kann ich auch hier mit e machen. Was heißt, wenn ich jetzt hier draufkriege, bekomme ich unser Event zurück und wenn ich das hier mit Sys mache, bekomme ich das Objekt zurück, indem ich die Funktion aufrufe. Was heißt, ich habe hier unser Objekt, das ist das Element und hier rufe ich eine Funktion auf und damit rufe ich quasi immer das Element auf, in dem ich mich gerade befinde. Aber auch hier, wenn ich ein Event Listener schreibe mit einer Arrow-Funktion und ich auf Sys klicke, kriege ich immer das globale Window-Objekt zurück und das ist einfach wichtig zu wissen. Was heißt, Sys bezieht sich immer auf das Objekt, in dem eine Funktion aufgerufen wird und das ist mehr oder weniger das Wichtige, was man daran verstehen und was man vor allem daran anwenden kann. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn ihr Fragen, Probleme oder Kritik habt, unter der Videobeschreibung, Discord, Facebook, Twitter, Instagram. Ansonsten könnt ihr diesen Channel auch auf Amazon Affiliate oder anderen Affiliate-Plattformen supporten und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.